Heute stelle ich euch wieder eine Kräftigungsübung vor und zwar ist diese Übung für den Rückcamp. Nicht wundern, ich bin heute ein bisschen abgeschnitten, aber bei den Beinen ist es nicht wichtig. Die legt ihr einfach ganz normal auf den Boden, seid auf den Bauch, habt einen Ball und jetzt so wie so eine Art Scheibenwischer, den Ball vorne übergeben, Arme nach hinten ziehen und dann wieder nach vorne übergeben, ihr könnt aber, wenn ihr wollt, den Ball einmal komplett weiter umrunden lassen, dass ihr dann immer hinten übergebt und wieder vorne. Ihr könnt gerne mal beide Varianten ausprobieren und schauen, was euch besser liegt. Bei der Übung geht wieder wie bei den anderen Kräftigungsübungen auch, schaut nach euch selbst, die Eltern nach ihren Kindern und passt die Wiederholungen an euer Leistungslevel an. Viel Spaß beim Kräftigen!